So, Thomas Bachheimer, meine Damen und Herren, notieren Sie sich auf die grünen Kärtchen vielleicht Fragen, wenn Fragen aufgetaucht sind, dass wir vielleicht am Schluss noch eine Fragerunde machen. Notieren Sie sich www.hartgeld.com. Als Webadresse, da findet man mehr darüber. Und ich finde es sehr schön, es war sehr spannend, eine enorm kurzweilige Stunde. Und es wurde nicht überzogen, ganz im Gegenteil, es war ein ziemlich perfektes Timing. Und wenn wir das heute so weiterführen, kriegen wir einen gut getimten Abend. Der Thomas Bachheimer hat mir auch angeboten, ab morgen 14 Uhr eine Veranstaltung online zu stellen, zu der ich euch ganz herzlich einladen möchte. Das ist ein Baby, das ist auf meiner Intuition gewachsen. Es gibt in Scherding, das ist in Oberösterreich, das ist ein Autostund weg von da, also in meiner Wahlheimat seit sechs Jahren, am Donnerstag einen Be-Free-Day, den ersten Be-Free-Day Oberösterreichs oder Österreichs. Und es geht wirklich hier um Freiheit. Freiheit von Zinssystemen, Freiheit als Free-Man, es wird der Joe Greisel da sein. Ich freue mich sehr, dass der Franz-Josef Neffe vorhin gerade reingekommen ist, der wird auch sprechen. Vielleicht findet man heute sogar noch so ein 10-Minuten-Zeitfenster. Wäre sehr, sehr schön, wenn er schon als Überraschungsgast kommt, dass er auch im Tenor der Bildung zu Wort kommt. Der war ja schon mal Gastsprecher hier, ich glaube zur sechsten oder siebten Montagsinfo. Dann haben wir noch einen Ehrengast oder einen, nämlich Matthias Jürgens ist da. Der ist vorhin gerade mit reingekommen. Das ist der Herr Terrania, wer da schon mal was davon gehört hat. Also es gibt Terrania, das sind Menschen, Erdlinge und hat im Prinzip eine eigene Staatsform gegründet. Auch der wird uns vielleicht noch zur Verfügung stehen oder er ist ein brillanter Barde. Vielleicht spielt er zum Schluss noch ein Lied für uns, weil er hat ja seine Bauchzitter mitgebracht, habe ich gesehen. Ansonsten könnt ihr meine haben. Ja, gut. Nochmal, bevor wir jetzt dann in die Pause gehen, ein paar Worte zu dem Ganzen hier, was wir machen. Denkt bitte auch daran, dass Sie uns weiterempfehlen, dass Sie uns weiterempfehlen, dass Sie uns besuchen auf der www.montagsinfo.com-Seite. Das ist also ein Wort, Montagsinfo. Wir haben das ganz bewusst so gewählt, dass es nicht eine Mahnwache oder eine Demonstration schon wieder ist. Wir wollen nicht wachen und nicht mahnen. Wir wollen, wenn, dann was wach machen. Eine Wach-Mach-Lach-Veranstaltung. Das ist unser Anliegen. Und natürlich, dass das fünf Minuten, zehn Minuten, eine Viertelstunde oder vielleicht sogar fünf Stunden nach der Veranstaltung auf Ihrem Hirnrindel immer noch pitzelt. Weil dann haben wir was bewirkt und wenn es weiter pitzelt und Sie vielleicht sogar Lust verspüren, ja, eigentlich möchte ich ja eh schon lange was tun. Und es sind ja Gott sei Dank sehr viele Spät-Teenager unter uns, ja, die schon etwas Silber glänzen. Ja, es ist ja auch ein Gold, wenn Sie kein Gold haben, Silberstandard haben wir alle auf dem Kopf dran, die meisten zumindest. Wenn Sie sich einfach einzubringen, dann gehen Sie bitte in der Pause an den Infotisch, schauen Sie sich um, was da so da ist, wo man sich einbringen kann. Wer von Ihnen ist denn schon irgendwie so ein bisschen in einem Aktionsbündnis drin oder hat so einen kleinen Stammtisch oder wurde durch die Montagsinfo schon inspiriert, sich mit anderen Leuten zusammenzuschließen, die ihr vorher nicht kannte? Mal Hand hoch. Gibt es da schon ein paar Aktivisten? Also Aktivisten, keine Terroristen. Wobei Terroristen gar nicht so schlecht sind, weil die haben wenigstens Sympathisanten. Lehrer meistens nicht, gell, habe ich früher gesagt, was der Unterschied zwischen einem Lehrer und einem Terroristen, zwei drei haben Sympathisanten. Ja, also bringt euch ein, investiert Zeit, es muss nicht immer Geld sein, es kann Zeit sein, es kann Interesse sein, es können Fähigkeiten sein. Wenn man einfach, wenn jeder das, was er hat, mit anderen an einen Tisch bringt, dann haben wir ein klassisches Ubuntu-Verhältnis, wo Potenziale zusammenkommen und ohne jetzt sie wertmäßig abzugleichen, miteinander neuen Nutzen spenden. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die ich auch im Namen aller Veranstalter und Träger hier nochmal ein bisschen protegieren möchte bei der Gelegenheit. Ja, was haben wir noch? Wir haben jetzt gesagt, wir machen um 8 Uhr respektive 8.15 Uhr eine Pause. Ich denke, dass das, was der Thomas Bachheimer uns jetzt in geballter und doch sehr verständlicher und impulsiver Form nahegebracht hat, vielleicht ein bisschen Parkzeit braucht am Hirn. Und wenn es für Sie in Ordnung ist, dann machen wir jetzt eine Pause von einer Viertelstunde. Ich spüre euch dann mit einem Liedl wieder zusammen. Ich werde versuchen, so schön zu singen, dass Sie reinlaufen und nicht weg. Und ich freue mich, wenn wir uns zwischen so einem Viertel nach 8 Uhr hier wieder einfinden und wünsche euch jetzt viel Spaß am Infotisch. Und die Box sagt Danke. Ich sage auch nochmal Danke im Namen der Box. Und die Anke sagt auch Danke. Und schön, wenn Sie uns ein bisschen unterstützen bei der ganzen Geschichte. Was heißt uns? Es geht in einen Topf, wo man dann zum Beispiel einmal kaputte Festplatten kauft, damit das Ganze schneller technisch umgesetzt werden kann als bisher. Dankeschön und eine schöne Pause dabei. Dankeschön und eine schöne Pause. Dankeschön und eine schöne Pause. Dankeschön und eine schöne Pause.